So, ich geh jetzt hier hin. Hehehehe. Ich hab was aufgestellt. Ich will die Erfahrungspunkte dafür haben, ne? Russo als Info am Rande. Ah, ich will den scheiß Bonus kriegen. Das zählt doch als Wahlkampf, oder? Ne. Super. Entschuldigung. Ich wollte die beiden nicht wegfetzen. Mein Fehler. Äh... Bleib mal hier stehen. Bei Bishop. Der Bishop macht das. Halt aufs Mund! Baut! Wo bist du? Och Manu, ich treff sie nicht. Darfst du nicht treffen. Ich bin einfach zu langsam. Auch der zählt nicht, ey. Ich werd bekloppt. Nein, ich versuch gar nicht verzweifelt in irgendeiner Form Nahkampfkills zu machen. was wir den Sturm umgeleitet haben. Brigitte und Bella sitzen im Donkel. Wir müssen den Fugturm unbedingt zum Laufen bringen, um Kontakt mit unseren Marines aufzunehmen. Allein überleben wir hier nicht lang. Es gibt einen Tunnel, der direkt dorthin führen sollte. Was? Mensch wo? Ja, ich will sie haben. Wo ist die, denn? Ho 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 ho. Zzz Silver... Ah, die Greater Square ist richtig geil. Ein' richtig fettes Gerät, ey. Aber die kann ich, glaube ich, nicht aufleveln Ich glaube, die ist doch nur äh, temporär da Die muss ich dann wieder wegschmeißen, wenn die leer ist Einwegwaffe, quasi Panzer ist auch nett Ui Ups Das hat doch keine Sekundär, äh, Sekundärmodus Also keine Granaten, die ich damit abpfeffern kann, oder sonst irgendwas Hier ist auch nix Alter, die hat ja auch ne Smartgun Die war auch im Online-Modus richtig geil Ho, Energie Dankeschön Soll ich aufmachen? Och, lad doch bitte etwas schneller Ach, lad doch bitte etwas schneller Ah genau, weil jetzt stimmt, jetzt so ein bisschen Zielerfassung, die Smartgun Das ist auch richtig geil Das ist auch richtig geil Oh, da ist irgendwas über mir gewesen Aber ich kann keinen gewissen Bewegungssensor währenddessen aktivieren Hab ich jetzt schon mal festgestellt Ach was Okay Böse Hab ab Okay, 400 Schuss haben wir noch Reicht also erstmal Puh Da ist noch einer Seh dich Bleib doch bitte stehen Was schieß ich da grad ab? Ich hab keine Ahnung Ist das alles echt auf mich zukommen? Meine Fresse Wie viel hier ist, ne? Das ist Unfassbar Gibt doch bitte Ohne Scheiße Ohne Scheiße So lange gebraucht Um diesen Kacknack-Angriff erfolgreich ausgehen zu lassen, ne? So Was ist hier? Nix Gut Oder auch nicht Ein Drittel meiner Motionen habe ich auch noch Immerhin Ich sehe auf jeden Fall Nicht, dass sich irgendwas bewegt Oh Äh Jaja 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 Arschloch Echt Tja dann werde ich sie gleich leider schon los, die Smartgun Die ist echt gut Ha Waskiss Die kenn ich sogar Aus dem Film Private First Class war die nur? Holy Shit Die Kanalisation ist kompromittiert. Hören Sie mich? Was ist mit Bell und Reed? Over. Halt, halt, daumen mal. Hier ist zu warm. Hört mich jemand? Geh weg. Okay, es sieht schon ziemlich kontaminiert aus, ja. Ja. Äh, tot? Ist ja nur eine Hand. Ah! So geht das neben mir. Scheiße. Fall runter. Du darfst der letzte sein, den ich töten muss. Ja! So. Leck mich am Abend. So. Geht doch. Und schon wieder fast einen neuen Rang. Was muss ich jetzt machen? Ich will sie zweifach mit einem Schuss aus der Pumpgun, okay. Das kann interessant werden. Zwölf Schuss bedeutet, ich kriege bestimmt noch einen Gegner platt. So, was ist hier? Ich muss mich gerade am Kopf kratzen, du Sau. Mach sowas doch nicht. Wo sag ich, O'Neal? Bist du noch da, oder? Ach, du hältst dich schön hinten. Ja, ist okay. O'Neal. Wo um alles in der Welt sind wir da reingeraten. Wir legen wir irgendwas ganz Wichses. Warten wir sicher. Aber nur Schicksal, das sein muss. Oh oh. Geh wieder zurück. Wo denn? Aktuell sehe ich hier gerade nichts, um ehrlich zu sein. Mhm. Alter, ich hab dich volle Kanne. Und zwar richtig geil. Oh mein Gott. Aus der Luft gefischt. So. Interessanterweise, während ich aufstehe, ich bleib die Zeit stehen. Sehr nett von dem Alien. Oh, das Alien bleibt stehen. Ah nein, hier bin ich, glaube ich, mal stundenlang rumgerannt. Also gefühlt stundenlang. Weil ich einfach nicht wusste, wie es weitergeht. Wenn du Gegner siehst, dann schießt, ne? Wenn ich auch Bescheid weiß. Und nicht einfach nur, ähm, ähm, äh, da ist was. Da, danke. Wo? So, gern geschehen. Äh, na super. Na super. Gut, da müssen wir jetzt erstmal was anderes finden. Was haben wir denn hier, schönes? Oh Gott. Boah, sehr viel, doch nicht wieder mit so einer Scheiße hier. Ist sie jetzt tot? Ich hab mir eigentlich nicht vorstum, ehrlich zu sein. Das ist fieser, diese Kack-Alien-Viecher, ne? Was die überlang klettern können. Der will ich gar nicht hin. Was höre ich hier? Alter! Du warst in der Wand. Der Raum ist freigeräumt! Dir geht's nicht so gut, oder? Winter, O'Neill, hört ihr mich? Bishop hat das Kurzfellensignal verstärkt. Verstanden? Verstanden. Wir hören Sie, Actual. Das Signal ist schwach, aber wir können Sie verstehen. Verstanden, Tuan. Wir sehen Sie. Sie sind etwa 30 Meter vom Aufzug entfernt. Verstanden, Sir. Ah, sehr gut. Irgendwas stimmt nicht. Mir nach! Okay. Ich geh jetzt zwar schon vor, aber ist ja nicht schlimm. Überall diese Schächte, wo Aliens rauskrabbeln können, ne? Uncoole Sache. Okay, hier geht auf jeden Fall der Schick gleich ab. Garmin's Pistole? Wer ist Garmin? Muss ich den kennen? Ich glaub nicht, oder? Definitiv, die haben Waffe gefunden. Oh mein Gott. Okay, hier muss ich wieder schweißen. Ich öffne ihn. Oder schneiden, je nachdem. Dankeschön. Ist ja auch ganz interessant. Letztes Jahr hatte ich auch schon meine Weihnachtsaufnahme. mit dem Ego-Shooter. Ist meine Lampe jetzt kaputt, oder was? Okay. Ich hab sie kaputt gemacht. Super. Okay. Alles klar. Hab ich nicht mitgerechnet. Gebe ich zu. Also wie viel? Ne, letztes Jahr hab ich ja mit dem Ego auch noch Heiligabend aufgenommen. Dies Jahr ist es jetzt Aliens Colonial Marines. Mal gucken, was es nächstes Jahr wird. Tada. Meine Fresse. Ja komm, springen wir einfach. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall irgendwas, irgendwas Größeres, äh, aufgewühlt. Und der Queen wird es nicht sein, das glaub ich nicht. Es wirkt auf jeden Fall, ja, etwas aggressiv. Und das könnte auch das fies sein, was wir jetzt schon die ganze Zeit gehört haben. Ich hoffe aber auch, dass meine, meine Lampe jetzt wieder funktioniert. Wo? Komm schon. Ich hab keine Waffen. Ich hab Schwierigkeiten und weiß nicht, wo ich bin. Ach schon, du, was hat das Funkgerät? Ach du Scheiße. Ich dachte, du wärst tot. Wieso bist du noch im Leben? Habt gerade meine letzten Kugeln verbraucht. Ich, ich bin in die Tunnel gegangen, um dich zu suchen. Also, was machen wir jetzt? Ich hab meinen Peilsender am Aufzug gelassen. Triff mich dort. Mach schon. Such einen Weg raus, Mann. Ich hab meine Lampe noch. Ast rein. Okay. Was mich nur wundert ist, warum kann ich mich befreien? Oh Gott. Für die anderen es nicht. Ähm. Ich bücke mich mal. Ich hoffe, es ist das fette Viech, ne? Das hört sich zumindest genauso an. Licht an. Die sind immer ein bisschen unheimlich hier, diese, diese offenen Böden. Hallo. Es ist aber nett, dass ihr die Sache auch wieder zumacht. Sehr zuvorkommt. Hier auch? Ne, hier nicht. Okay. Dann halt nicht. Okay, jetzt bin ich echt mal gespannt. Ich hab keine Ahnung, wo ich langen muss. Ich weiß es nicht. Weil irgendwann werden wir dem Fisch begegnen. Jetzt zum Beispiel. Du-di-du-di-du. Uäh. Komm her, du feige Schwein. Aber du kommst hier nicht rein, oder? Wer will grad so ein? Die mögen ja Luftschächte. Die Aliens. Ist ja bekannt. Ähm. Jo, ist eigentlich egal, ne? Die Frage ist nur, wo muss ich hin? Da ist auch schon was geschlüpft. Was zum? Das ist ein Marine. Muss man ja so locker gewesen sein. Einen Weg aus der Kanalisation finden. Okay. Ach, das war die Scheiße. Ach, jetzt kommt's wieder hoch. Muss den Dampf abschalten, ne? Ja, muss ich. Ja, hier gibt's ganz, ganz dumme Aliens. Also. Das dauert ein bisschen, glaub ich, bis ich hier durch bin. Krieg ich denn da jetzt so'n Dampf weg? Ach, da oben. Guck mal. Hab ich nicht hier sehen, obwohl er so schön leuchtet. Dankeschön. Ah, wie funktionieren die nochmal? Ich weiß das nicht mehr. Aber ich denke, das wird uns gleich nochmal erklärt werden. Oh. Was hab ich damit jetzt aktiviert? Oder öffnet sich die Tür gleich noch? Will ich jetzt erstmal von ausgehen? Aber hier muss der Schalter doch bewirken. Äh? Ah, doch.